So, wir kommen jetzt zum Training der Bauchmuskulaturen. Das erste Training nach der Geburt starten wir mit den seitlichen Bauchmuskeln. Mit ein bisschen Betonung auch unteren Bereich Beckenbogen wieder natürlich. Und es geht jetzt einmal darum, einfach zu spüren, was geht, wie geht's. Wir machen es im Stehen. Also ich stelle mich jetzt so, du solltest aber so stehen, dass du dich seitlich gut abstützen kannst. Ich bin jetzt hinten abgestüllt und wir beginnen dann mit dem linken Bein. Ich stelle das mal so ein bisschen zur Seite und zeige schon mal langsam vor, worum es geht. Bevor du das Bein hebst, Beckenboden anspannen und dann werden wir mit der linken Hand zum linken Oberschenkel ziehen, so zusammen und wieder runter. Okay, das versuchen wir achtmal in diesem Tempo. Jedes Mal bei Beckenboden anspannen. Hoch und tief. Und hoch und tief. Beckenboden anspannen und tief. Viermal noch. Vier. Noch drei. Noch zwei. Und stopp. Kurze Pause. Beine ein bisschen auslösen. Dasselbe auf die zweite Seite. Ich bin wieder hinten abgestützt. Du solltest dich seitlich abstützen können. Du kannst dich ruhig auch seitlich drehen, weil ich werde mich jetzt dann eh gleich zum Vorzeigenseitig drehen. Also wir starten jetzt mit dem rechten Bein. Wieder Beckenboden vorher anspannen und dann so zusammenziehen. Achtung, fertig. Los auf acht. Anspannen und hoch. Anspannen und hoch. Bitte weitermachen. Ich zeige das jetzt von der Seite. Wichtig ist, dass das Bein wirklich nur zur Seite geht. Das Knie kommt natürlich an diesem Vor. Beckenboden anspannen. Beckenboden anspannen und lockern. Ein bisschen auslösen. Wir machen das einmal nach rechts und einmal nach links. Ich drehe mich jetzt wieder seitlich und du möchtest das genau hier an der Seite spüren, wenn du möchtest. Und wenn du gut sicher stehst, kannst du mit der zweiten Hand hierher greifen während der Übung und die seitlichen Bauchmuskeln spüren. Beckenboden vor jeder Wiederholung extra anspannen und hoch und tief. Hier die Bauchmuskeln spüren. Gleichzeitig Beckenboden anspannen. Bauchmuskeln spüren. Beckenboden anspannen. Bauchmuskeln spüren. Zweimal noch. Und dann wieder auslockern. Und wir machen das einmal noch auf die zweite Seite. Die zeige ich jetzt wieder von vorne. Du solltest dich seitlich abstützen können und kannst dich auch gerne seitlich stecken. Wir werden wieder mit dem rechten Bellen beginnen. Wieder Beckenboden anspannen, schon vor dem Heben. Achtung. Fertig auf 48. Anspannen und lösen. Anspannen. Hier an der Seite die seitlichen Bauchmuskeln spüren. Und Beckenboden anspannen. Beckenboden anspannen. Beckenboden anspannen. Zweimal noch. Ein letztes Mal fest. Und stoppen. Auslockern. Herde.